Hallo zusammen, die Weihnachtszeit steht vor der Tür und es ist höchste Zeit, die Weihnachtsnoten aus dem Notenschrank rauszukramen. Ich habe einmal 15 Weihnachtslieder eingespielt als MIDI-Files und auch als Hull-Playbacks, als MP3-Dateien. Die Noten dazu, die Hull-Playbacks, die könnt ihr auf meiner Webseite gegen einen kleinen Unkostenbeitrag bestellen. Ich habe bewusst alle Stücke in C-Dur eingespielt, die Noten auch einfach geschrieben in C-Dur. Damit ist es möglich, zum Beispiel die Enkeltochter, die auf der Weihnachtsfeier mit der Blockflöte spielt, schön zu begleiten. Ob es jetzt eine Blockflöte ist, eine Gitarre oder das Akkordeon, das steht euch frei. Ihr müsst nur die Melodie in C-Dur spielen. Hört euch einfach mal mein Ergebnis an. Hört euch einfach mal mein Ergebnis an. Hört euch einfach mal mein cartoons zu trenieren. Ich bin so auch mal meine Köln dazu. Und dann lasst es euch dabei. Also, wenn mir verschiedene Lebensmittel significa einийer, das sch alredes regentstellen ist, es passiert hier in C love of immer. Was ich so will, das sie euch Greenspan oder waren alle grosse Sprechar ist. Eins sonomäßig meine Köln. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020